Herr Kuhne, bitte stellen Sie sich einmal kurz vor. Ja, hallo, ja, ich bin Felix Kuhne, ich arbeite bei der Kuhne Group im Familienunternehmen und ja, in der dritten Generation fangen die gerade an und im Bereich Vertrieb, Business Development, ja. Was versteht die Kunstdorfindustrie unter Nachhaltigkeit? Ähm, unter Nachhaltigkeit verstehen wir dem Kunden zu ermöglichen, mit geringeren Ressourceneinsatz seine Produkte zu fahren. Ähm, das bestmöglich auch mit dem geringsten Energieeinsatz und dafür können wir mit unserer Technik, sage ich mal, dabei helfen. Aber wichtig ist es vor allem, dass der Markt das auch wirklich verlangt. Das bedeutet, dass der Konsument wirklich auch auf dem Weg ist, zu suchen nach nachhaltigen Produkten. Nur so können wir da auch noch mehr machen. .... Vielen Dank.